thanks for hosting maybe it is so, die sehen mich eigentlich echt mal gerade gar nicht so sehr gut, da war noch ein Prepper-Versteck aber wir machen erstmal hier der Elendspaß ich hoffe, die beiden Mädels sind dabei, das wäre gut wofür, mit dem Heli rumzufliegen, ja, stimmt hast du definitiv recht Rock geplündert, gut, ich habe zwar gar nichts gemacht, aber okay, thanks für die Punkte umsonst und so I guess that oh, go, go okay und schon mal langsam in den Sinkflug gehen und uns dann darum kümmern, dass wir die hier wegschnieppen können, eventuell, also ist das Gebäude da auf jeden Fall was ist denn das hier für eine komische grüne Brühe what is this oh Gott, das sind lauter Sekten-Bobbys Sekten-Bobbys I can, can do, but not all the time indeed, the game is in German Sabertooth whatever, okay, gut, hier hier landen, wo der See-da-kudos oh go, 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 go oh, mit dem Blizz nein 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 okay ich hätte vielleicht nicht mit mir reingehen sollen direkt Oh, no, fuck. Mit wem redet die Alte? Was ist das für, guck mal, Wolpertinger. Cute. Äh, wo? Oh. Ach, da ist er. Oh, Mann. Ich glaube, ich bin drauf. Fall of Blizz. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Ehen. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Du richtest mich. Du richtest uns. Und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Pack dich da nicht derselbe Horror. Das ist unsere Welt? Das? Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Gemeinden werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet. Weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyranen zu dumm sind, um uns anzuführen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich wurde ausgewählt. Du bist gross. Sieh alles nirgert sich zu einem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Sieh, die Menschheit ist schwach. Und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt, um beschlossen zu handeln, anzuführen, weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig und rein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ich kann dich halten. Aber du musst daran glauben. Rookie, 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 öffne die Augen. Hey. Komm schon, komm schon. Du musst doch nicht kämpfen, komm. Jetzt befolge dich. Keine Bewegung. Du bleibst jetzt liebend, ganz still. Grundgültiger, du hast uns eine scheiß Angst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft. Die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Oh, Herrgott. Also, du musst dich entspannen. Leg dich hin. Wir reden dann morgen. Ah, Jesus. Bist zu schnell aus dem Rausch erwacht. Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Na dann. Ey, Woi, das ist keine Anspielung. Man gibt Adrenalin bei Überdosierung. Jawohl, aber die Waffen haben sie nicht abgenommen. Great. Das ist natürlich selten dämlich irgendwie. Ich dachte, wir hätten dich ans Blitz verloren, Deputy. Zum Glück war der Sheriff zur Stelle. Gib dein Bestes, um dich zu revanchieren. Hey, Süße. Die Peggys haben ein Riesenlager in der Mine vom Brightwarden Radon-Kurort. Bewehre, Munition, lauter Zeug, das wir brauchen. Irgendwie haben wir immer zu wenig Nachschub. Wir sollten uns ihren holen. Ja, Reinhardt. Alter, der redet mir zu viel. Ohne Scheiß, gerade. Okay. Einfach mal so dahingenommen, ne? Beute verkaufen. Yeah, yeah. Nell verkauf. Und zurück. Und was ist hier? Silberbarren kaufen. Achso. Ja, ne. Ganz sicher nicht. Okay. Toll. Das hat uns jetzt überhaupt nicht aus dem Konzept gebracht. Wo war ich denn jetzt? Die blöde Kuh. Oh, Mann. Die Markierung ist auch weg. Gut. Dann wählen wir die Mission doch nochmal aus. Erlösung. Boom. Jetzt ist es auch nicht mehr ganz so weit weg. Let's do this. Bitches, was geht ab? Ich hol mir noch ein Heli. Da ist er auf Autofahren. Heli geht voll ab. So, Anpassel. Jawohl. Let's do this. Was haben wir da? Damit geht bestimmt was. Der ist small und wendig und teuer. 2000. Er hat kein Meidys noch. Goddammit, done it. Ne, Quatsch. Den nehmen wir. Aber wir können ja natürlich auch Anpassel. Yeah. Rot, Rot, Weiß, Grün. Ah. Schwarz, Gelb. Sieht eigentlich fett aus. Yeah. Let's do this. Kaufe. Yes. Fleißige Biene. Quasi. Okay. Ja, klar. Ja. Ab geht's. Nagito. So. Nice. Wir vermissen dich auch, by the way. Schade, dass der keine Waffe hat. Geht. Seid ihr drin? Die halten uns schon nicht auf. Ja, das stimmt. Das klingt echt angenehm. Oh, guck mal. Der ist echt wendiger als der andere. Nice. Vielleicht kommen wir jetzt mal durch. Die Skien außerirdischen. Ja. Gibt's direkt, wenn du wieder da bist. Of course. Guck mal. In 400 Metern ist irgendwas, was wir kaputt machen können. Da ist auch ein Präbohr festig. Ja, kümmer. Die holen wir uns jetzt. Get down. Noch ein Stück nach da. Wir wollen uns ja nicht zu nehmen. Was? Was, was, was? Wo, wo, neben dem Po? Stellungswechsel. Erstmal alle markieren, die da so sind. Oh shit. Wo? What the hell? Okay. Noch jemand? Bestimmt auf dem Dach irgendwo noch Snaps. Hä? Oh. Oh. Ach da. Oh. Nimm mal lang. Das kann ich dir garantieren. Komm, 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 komm. Tu es. Der stößt irgendwann ab. Die haben Waffen, die Segel. What the fuck? Wo haben die Waffen? Oh man, wir haben uns eigentlich ein bisschen zu sehr da reingesetzt gerade, ne? Irgendwie. So, there you go. Der schnitt mein Heli kaputt, man. Oh man, go. Die Säcke. Au. What the? Bitch. Okay, komm, bevor die unseren Heli hier abfackeln, liegen wir lieber noch ein Stück. Das ist mir jetzt so unsicher. Oh da. Dip. Fuck you, bitch. Au. Alter, jetzt wird es mir zu bunt. Bitch. Ah, damn, got it. Alright, komm, Mädels. Wir fliegen noch ein Stück weiter runter. Yeah. Bis die Tage oder so, Nagito. Komm rein mit dir. Steig doch auch rein. Okay. War ein Scheißwitz, by the way. Wir landen jetzt hier im Wald. Steigen aus. Und dann, gucken wir mal, was wir da noch so schönes markieren können. Was denn? Ah, Sanitäter, Sanitäter. Wie bist du denn jetzt da drunter gelandet? Wieso? Wieso ist der Heli ungefallen? Der Heli ist auf die Alte gefallen. Ich brech ab. Das ist ja ein bisschen sehr viel, oder? Guck mal. Ah, can do. Ein Alarm übrig. Nimm mal lang. Boom. Alle Alarme deaktiviert. Das ist great. Das trifft sich sehr, sehr gut. Okay, der ist im Arsch. Easy. Eh? Little shit. Musik Untertitelung des ZDF, 2020